Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Altcoin Update Video. Heute geht es um Illuvium. Ja, ein bisschen Metaverse und sonstiges haben wir heute auch mal mit dabei. Wurde sich komischerweise seltener gewünscht, obwohl der Coin in den letzten Wochen extrem abgegangen ist. Warum, wieso, weshalb, das schauen wir uns auf jeden Fall an. Ob ich den Coin auch in unserem Portfolio sehe, das werden wir auch in diesem Video beantworten. Doch bevor wir starten, lasst dem Video gerne einen Like, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoinen. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Und damit würde ich sagen, direkt rein in die Chartanalyse. Wir traden Moment haben bei eben 89 US-Dollar. Wir haben einen richtig steilen Anstieg gesehen. Von unserem Low bei ungefähr 37 US-Dollar sind es 135% nach oben gegangen, in der Spitze sogar 182% nach oben gepusht. Und ihr könnt euch da unten dran erinnern an diese grüne Box hier unten. Hier unten war unsere Kaufzone zwischen 44 und 38 US-Dollar. Diese Zone haben wir natürlich genutzt und mittlerweile, wer mich schon länger verfolgt, habe ich auch in der Telegram-Grube mitgeteilt. Ein Satz ist raus, das heißt, es laufen hier nur noch Profite und auch diese Profite sollten erst einmal ausreichen. Ich warte jetzt hier erst einmal auf einen Rücksetzer. Warum warte ich hier auf einen Rücksetzer? Wir sind hier ins Golden Pocket reingekommen, beziehungsweise sind wir sogar ein bisschen rübergeballert, bis ins 0,786er hier bei knapp 108 US-Dollar. Bis darauf ging es zumindest. Wir haben den Downtrend, über den wir mal früher gesprochen haben, erst einmal auf dem Lock-Chart durchbrochen. Danach eben ging es impulsiv nach oben. Und jetzt eben hier das übergeordnete Ziel war das Golden Pocket, beziehungsweise hier diese kleine Widerstandszone, wo wir jetzt erstmal ein bisschen momentan zumindest konsolidieren. Breakout-Volumen war phänomenal, sehen wir hier unten, also Volumen-Bombe. Deswegen halte ich es auch nochmal für möglich, dass wir eben nochmal in diesen Bereich hier oben reinkommen, bei eben diesen 108 US-Dollar. Bei manchen Börsen waren wir sogar bei 110 US-Dollar. Binance ist es jetzt aber hier, dass wir hier nochmal hochkommen, die Liquidität fischen und dann möglicherweise hier in Richtung höheres Tief gehen. Aber in Richtung 72, 71 US-Dollar ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Was man auch noch dazu sagen muss, am 28. November, wenn ich mich jetzt nicht täusche, werden nochmal 2% oder 3% der ganzen Coins in Umlauf gebracht. Das heißt, es gab eine Locked-Phase und diese Coins kommen jetzt dann wieder in Umlauf. Deswegen könnte es hier ein bisschen volatiler werden. Das war auch der Grund, warum ich dann gesagt habe, okay, wir nehmen hier auf jeden Fall unseren Einsatz raus. Weil sollte hier nochmal ein Crash kommen, dann sind wir mit unserem Einsatz raus. Das heißt, die Profite laufen noch, kann es uns absolut egal sein, ob das Projekt auf Null geht oder nicht. Aber für mich momentan jetzt erstmal nur Profite laufen. Ich kaufe momentan noch nichts nach. Wir schauen mal ganz kurz, Market Cap 180 Millionen. Ist immer noch relativ wenig für dieses ganze Projekt, sage ich jetzt einfach mal. Trotzdem jetzt noch mal ein bisschen mit Vorsicht genießen, also in der jetzigen Phase. Wir warten hier jetzt auf eine größere Korrektur, blicken jetzt hier mal ganz kurz auf den Daily-Time-Film und ziehen uns dann mal eben das Golden Pocket von unserer ganzen Aufwärtsbewegung nach oben, nach jetzigen Stand. Da wäre so das perfekte Korrektur-Level die 64 US-Dollar. Und das ist dann eben so der Bereich des 0,5er, wo wir gerade eben darüber gesprochen haben. Die 72 bis 62, das ist das Korrektur-Level, welches ich sehen möchte. Hier runter Maximum bis ins Golden Pocket, die 62 und von hier aus ein höheres Tief führt die endgültige Trendwende mit einem anschließenden höheren Hoch. Dann haben wir eine komplette Trendwende hingelegt und könnten hier bullisch weiterlaufen. All-Time-High war natürlich die 1919 US-Dollar. Ob wir da jemals wieder hinkommen, ganz ehrlich, würde ich jetzt einfach nicht Ja oder Nein sagen. Wird sich dann im Laufe der Zeit zeigen, wäre nochmal ein 20x. Unwahrscheinlich ist es nicht, trotzdem für mich völlig überzogenes All-Time-High erst einmal. Es gilt hier jetzt erstmal ein bisschen Struktur reinzubekommen. Wir haben jetzt einen schönen Anstieg gesehen. Wenn dieser Anstieg, sag ich mal, auch wirklich nachhaltig sein soll, brauchen wir ein höheres Tief. Und das wäre hier dieser Bereich 72 bis 62 US-Dollar. Höheres Tief, höheres Hoch. Dann sehe ich die Sache nochmal ein bisschen bullischer. Ansonsten, wir haben momentan diesen ganzen Meta-Hype wieder ein bisschen. Wir haben den AI-Hype, kommt alles mit dazu und da profitiert Illuvium natürlich en masse. Aber momentan, wie gesagt, ein bisschen vorsichtig sein. Wir hatten ja auch mal über Gala gesprochen. Gala ja nur noch ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz von unserem Portfolio. Illuvium vertraue ich da ganz ehrlich ein bisschen mehr. Deswegen wird hier bei der Korrektur eben nochmal nachgekauft. Aber dieses Level muss halten. Und ich würde auch nicht, um schon mal gleich vorab zu sagen, nur weil wir jetzt dann direkt auf 72 gehen, würde ich auch noch nicht nachkaufen. Wir schauen uns die Gesamtstruktur an. Wir schauen uns Bitcoin an, Ethereum etc. pp. Wie ist das gesamte Marktumfeld? Können wir hier wirklich schon mit einem Bounce rechnen? Oder geht die Korrektur einfach nochmal deutlich, deutlich tiefer? Weil wenn wir uns das zum Beispiel, uns einfach mal die ganzen Vektoren anschauen, da sind schon noch eine Menge, wo es hier unten zu fischen gäbe, auch bei 44 US-Dollar. Das heißt, wir wären hier wieder bei Entry. Wäre natürlich eine Top-Kaufgelegenheit für uns nochmal, sollten wir hier nochmal runterkommen. Dann würde ich natürlich einfach wieder nochmal nachkaufen. Aber jetzt momentan sollte dieser Pump nachhaltig sein. Muss das Golden Pocket halten. Am liebsten wäre mir hier auf jeden Fall das 0,5er, sollte es hier dann schon reingehen. Und ansonsten kurzfristig ist nochmal ein höheres Hoch drin. Das heißt 110, 111 wäre auf jeden Fall nochmal im Bereich des Möglichen, um die Liquidität hier drüber abzugrasen. Auf der Daily Candle, nicht nur auf der Daily Candle. Wir hatten es ja ganz am Anfang. Auch auf dem 4-Stunden-Charter sehen wir es nochmal ganz cool. Da ist noch genug Liquidität vorhanden in dieser 4 Stunden, 1 Stunden und Daily Candle. Spricht eher dafür, Liquidität abgrasen, 110 US-Dollar nochmal spekulieren und dann Abfahrt nach unten. Schöne Korrektur, die ganzen Longs nochmal ausstoppen, höheres Tief bilden und dann könnten wir auch einen richtig schönen Abtrend sehen. Das heißt aber auch, bitte Leute jetzt nicht hier irgendwie nochmal versuchen in den Trade reinzugehen. Es ist schon die letzten Tage ordentlich volatil gewesen. Also wir haben hier schon 20, 30% Korrektur gesehen innerhalb kürzester Zeit. Zeit, dass wir nochmal auf dieses Hoche kommen. Sehr wahrscheinlich. Trotzdem würde ich es einfach nicht traden. Ich würde maximal eventuell oben mit einem engen Stop-Loss den Short dann traden. Gut, das war es zu Illivium. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder sonstiges habt, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Natürlich auch eure Altcoin-Wünsche gerne unten reinschreiben. Ja, das war es von mir. Gerne in die Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen. Like da lassen, Abo da lassen. Wir hören uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer. Steck.